Elon Musk ist der Mensch der Superlative, der reichste Mensch der Welt mit großartigen Visionen für die Zukunft, um das Weltall zu besiedeln und er ist auch der erste Mensch, der durch Kursschwankungen seiner Aktien in nur einem Jahr 200 Milliarden US-Dollar verloren hat. Doch was wohl jeden Staat der Welt in die Pleite treiben würde, juckte ihn nicht viel und er ist weiterhin einer der erfolgreichsten Unternehmer weltweit. Wer ist Elon Musk in aller Kürze? Musk wurde 1971 in Südafrika geboren, lebt heute aber vor allem in den USA. Er ist mit einem Vermögen von 242 Milliarden US-Dollar der reichste Mensch der Erde. Ihm gehören Anteile an den Unternehmen X, Tesla und SpaceX und er zeichnet sich durch große Visionen für die Zukunft der Erde aus. Doch wie wurde Musk zum Milliardär? Er wuchs nach der frühen Scheidung seiner Eltern bei seinem Vater auf und machte in Südafrika seinen Schulabschluss, wanderte aber dann nach Kanada aus, um dem Wehrdienst in dem von Apartheid geprägten Südafrika zu entgehen. Denn außer der südafrikanischen Staatsbürgerschaft besitzt er noch die kanadische, da seine Mutter aus Kanada stammte. Und seit 2002 besitzte er ebenso die amerikanische Staatsbürgerschaft. Seinen großen Durchbruch hatte Musk 1995 mit dem von ihm und einigen anderen gegründeten Internetunternehmen ZIP2. Grob gesagt bot ZIP2 Zeitungen-Online-Stadtführer-Software an. Als ZIP 1999 von einer anderen Firma aufgekauft wurde, wechselte ZIP für sagenhafte 307 Millionen Dollar den Besitzer, was bis dahin die größte je gezahlte Summe für ein rein im Internet operierendes Unternehmen war. Musk war zwar nur Anteilseigner am Unternehmen, doch sein eigenes Startkapital von 2000 Dollar konnte er vervielfachen. Denn er bekam immerhin eine Beteiligung von 22 Millionen Dollar. Nun war er immerhin schon Millionär und hätte sich mit 28 Jahren zur Ruhe setzen können. Stattdessen plante er bereits den nächsten Coup. Er gründete 1999 die Firma X.com, die ein neuer Online-Bezahldienst werden sollte. Irgendwo habe ich den Namen doch schon mal gehört. Davon aber später. Nach einer Fusion mit einem Konkurrenzunternehmen bekam die Firma ihren heute bekannten Namen PayPal. Aber hier zeigte sich auch sein einzigartiger Starrkopf, denn er bestand auf den Namen X.com, sodass er lieber als Vorstand gefeuert werden wollte, als darauf zu verzichten. Als die Firma 2002 an Ebay verkauft wurde, bekam er für seinen etwas über 10%igen Anteil 150 Millionen Dollar. Den endgültigen Sprung zum Milliardär schaffte er mit einem weiteren Unternehmen. Er investierte 2004 mehrere Millionen in den Fahrzeughersteller Tesla. Es war sein nächster Geistesblitz. Denn nachdem Tesla 2010 an die Börse gegangen war, überstieg sein Vermögen 2012 das erste Mal eine Milliarde US-Dollar. Durch die täglichen Schwankungen des Tesla-Aktienkurses betrug sein Vermögen 2021 noch 340 Milliarden Dollar, schrumpfte aber aufgrund von Kursschwankungen bis 2022 auf 137 Milliarden Dollar. Welche Firmen gehören Musk noch und welche Visionen hat er für die Zukunft? Bereits 2002 gründete Musk das Unternehmen SpaceX, das sich innerhalb von 15 Jahren zum weltweit führenden Unternehmen für Raumfahrttechnik entwickelt hat. Vor allem beschäftigt es sich mit dem Transport von Satelliten in die Erdumlaufbahn. Es ist aber auch für die Versorgung der ISS zuständig. Das Ziel des Unternehmens ist nichts weniger als eine dauerhafte Besiedlung des Weltalls. Um die Kosten für die Raumflüge zu reduzieren, gelang dem Unternehmen ein Meilenstein in der Entwicklung, indem sie einmal abgeschossene Raketen wiederverwendbar machten. Denn einzelne Raketenstufen können nun wieder sicher auf der Erde landen und ein weiteres Mal betankt werden. An großen, bekannten Unternehmen besitzt Musk noch Twitter, das er 2022 für die Summe von 44 Milliarden Dollar gekauft hat. Man gönnt sich ja sonst nichts. Aber dieser Kauf entpuppte sich bisher wohl als der größte Reinfall in Musks unternehmerischer Tätigkeit. Denn eigentlich wollte er Twitter gar nicht mehr kaufen, aber er hatte sich verpokert. Denn er war zu spät vom Kauf zurückgetreten, worauf ihm die Twitter-Chefs eine Klage androhten, weshalb er Twitter dann doch freiwillig kaufte. Nur wenig später feuerte er sofort als neuer Chef einen großen Teil der Manager des Unternehmens. Inzwischen benannte Musk Twitter in den griffigen Namen X um. Doch Wert und Nutzerzahl von Twitter haben deutlich abgenommen und der ganze Kauf ist ein großes Minusgeschäft. Aber immerhin in zwei Bereichen konnte Twitter großes Wachstum verzeichnen. Die Falschmeldungen über die Konflikte dieser Welt sind durch die Decke gegangen und der Kanal von Elon Musk konnte seine Abonnentenzahl deutlich vergrößern. So ist Twitter gewissermaßen das eigene Nachrichtenmedium von Musk persönlich geworden. Witzig, aber auch riskant zugleich. Musk hat noch einige andere Unternehmen gegründet. Darunter die Firma Neuralink, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das menschliche Gehirn mit Computern zu verbinden. Ebenfalls gründete er The Boring Company. Oh Mann, der Typ hat's echt mit skurrilen Namen. Ziel ist dabei die Revolutionierung des innerstädtischen Verkehrs durch den Bau von Hochgeschwindigkeitstunneln. Wie ist Musk privat? Genau wie in seinem Geschäftsleben geht es auch in seinem Privatleben hoch her. So war er zum Beispiel ab 2010 mit einer Schauspielerin zusammen, worauf er sich 2012 scheiden ließ, um sie im nächsten Jahr wieder zu heiraten. Aber bereits 2014 reichte er wieder die Scheidung ein, machte diese dann aber direkt wieder rückgängig. 2016 reichte dann seine Frau endgültig die Scheidung ein. Von seinen neun Kindern aus seinen verschiedenen Partnerschaften erregte er bei einem Kind besonders die Gemüter, als er und seine Frau dem Kind den griffigen Namen XAEA-12 geben wollten. Da Zahlen und miteinander verschmolzene Buchstaben bei Namen aber unzulässig waren, änderten sie den Namen in XAEA-XII. Ja, Musk und Namensgebung. Eine einzige Erfolgsgeschichte. Wenn man sich durch seine politischen Äußerungen liest, merkt man, dass er hier oft einem spontanen Impuls vertraut, der nicht lange durchdacht ist. Und wenn er auf Widerstand trifft, zeichnet er sich nicht durch eine gute Kooperationsfähigkeit aus. Ist er denn nun ein Visionär oder einfach nur ein reicher Narzisst? Einerseits hat Musk durch seinen enormen Erfolg gezeigt, dass er große Visionen für die Menschen haben und auch umsetzen kann. Aber andererseits hat er sich inzwischen eine Marktmacht erarbeitet, die einem im wahrsten Sinne des Wortes Angst und Bange werden lässt, da sein aktuelles Vermögen von ca. 240 Milliarden Dollar sogar der Hälfte der deutschen Staatsausgaben für 2022 entspricht. Es ist eben nur ein kurzer Weg vom charismatischen Visionär zum gefährlichen Narzissten, der so risikofreudig agiert und die Gesellschaft dabei negativ beeinflusst. Auf jeden Fall wird Elon Musk durch seine polarisierende Figur weiter für Schlagzeilen sorgen. Wenn ihr Vorschläge für neue Videos habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Und vielleicht interessiert euch ja dieses Video, in dem ich mich mit dem Attentat von Sarajevo beschäftige, das den Ersten Weltkrieg auslöste. Und dann bis zum nächsten Video.